Damals So, ein sehr gutes. Sagen Sie, verlegen Sie auch Ihre Gedichte? Ob ich die schon mal verlegt habe? Ja, zweimal, aber immer wieder gefunden. Nein! Ich meine, ob Sie sie einem Verlag angeboten haben. Ja, aber die müssen verzogen sein. Wieso? Es kommt immer zurück. Na, also gut, pass auf. Hier ist ein schönes. Bitte sehr, tragen Sie es mal vor. Ja. Wie heißt es? Sie müssen schön ruhig sein, ja? Ja, ich sag dir nichts. Die Ziege. Bitte. Entschuldigung. Die Ziege. Bitte. Ach, na ja, mein Gott, noch mal. Aber ich kann es nicht. Ja, ich weiß, ich weiß, ich sag nichts mehr, bitte. Die Ziege. Na? Na, nichts. Na, nichts. Eine Ziege stand einsam auf einem Feld und blickte traurig in die Welt. Sie rief eine zweite Ziege dann herbei und gründete eine Ziegelei. Das finden Sie also gut? Ja, ich finde es rührend. Rührend, ja? Ja, schon bessere Gedichte gehört. Ja, aber nicht von mir. Ja, das doch nicht. Also, weiter. Wieso weiter? Ich habe noch ein guter. Noch eins? Ja. Na, hör's. Ich lausche. Jawohl. Wie heißt es? Der Lauscher. Was? Der Teppich. Was? Nee, der Läufer. Warten wir mal. Der Rollschuhläufer. Na also. Also, bitte. Ein Rollschuhläufer, der lief froh, die Straße lang, ohn Rast und roh. Ruh. Ruh. Nein, Ruh. Also, entschuldige, das müssen Sie mir schon gestatten, das ist dichterische Freiheit. Ja? So. Ein Rollschuhläufer, der lief froh, die Straße lang, ohn Rast und roh. Am Montag lief er voller Lust, die Straße lang, mit stolzer Brust. Ein Rollschuhläufer, der lief froh, die Straße lang, ohn Rast und roh. Am Dienstag lief er voller Lust, die Straße lang, mit stolzer Brust. Ein Rollschuhläufer, der lief froh, die Straße lang, ohn Rast und roh. Am Mittwoch lief er voller Lust, die Straße lang, mit stolzer Brust. Herr Pall. Was denn? Sie gucken hier mit rein. Ach, Quatsch, ich gucke hier mit rein. Was stimmte? Weiter. Weiter. Ein Rollschuhläufer, der lief froh, die Straße lang, ohn Rast und roh. Am Donnerstag lief er voller Lust, die Straße lang, mit stolzer Brust. Nein! Nein? Wieso nein? Donnerstag lief er gar nicht. Warum denn nicht? Lag im Bett, hatte sich ja erkältet. Schön gut, dann lief er eben am Freitag. Auch nicht! Wieso denn nicht? Er war zwei Tage krank. Aha, weiter. Wieder furchtbar heute mit. Na ja, bitte sehr. Halber ein Gedichte hier. Es geht weiter. Ein Rollschuhläufer, der lief froh, die Straße lang, ohne Rast und roh. Am Samstag hörte er einen Marsch und bumms, da lag er auf. Was? Die Zeile fehlt mir noch, da bin ich noch nicht. Na ja, die eine Zeile wird Ihnen ja wohl noch einfallen, nicht? Tja, hab schon. Na also bitte. Am Samstag hörte er einen Marsch und bumms, da lag er auf dem Bauch. Was? Das reimt sich doch gar nicht. Ich kann es nicht ändern, der ist verkehrt gefallen. Also was soll das denn? Wie schade, wie schade, Obe. Was? Das ist doch nicht echt. Das ist ja noch nicht. Was? Vielen Dank.